Also ich sage jetzt mal, eine Lehre bei uns ist vielseitig, weil wir haben verschiedene Bereiche. Klar bist du dann in dem Bereich, in dem du dich bewirbst, bist du dann hauptsächlich tätig, aber du lernst auch viele von deinen Mitlernenden kennen, sei es jetzt Mechanik, Ersatzteillager oder das KV. Ich glaube, wenn man ins Garagegewerbe geht, hat man früher gesagt, man muss Benzin im Blut haben. Angefangen hat es sicher mit dem Velo und dann später mit dem Töffel und später ist dann sicher mit 18 ein Auto, wo man das eine oder das andere gemacht hat und einfach auch ein Flair dafür gehabt hat für die Mobilität. Und heute ist nicht mehr Benzin im Blut, sondern heute musst du vielleicht auch nebst dem Benzin Strom im Blut haben. Bei uns speziell der Garage ist ein junges Team, das wir haben, das motiviert ist, die mich auch jetzt seit zwölf Jahren sicher da behalten. Wir haben gute Vorgesetzte, schauen auch für uns. Ich bin wirklich froh und glücklich da zu sein.